wie in einer anderen Welt auf dem Mond oder sonst wo. Nein, das ist ganz woanders. Aber trotzdem magisch war das Tote Meer in Israel, von dem ich mich für dieses organische Selbstbodypainting inspirieren habe lassen. Und du darfst jetzt mit dabei sein. Ich zeige dir, wie ich das Ganze angegangen bin. Mehr dann auf Patreon. Wir sehen uns.